Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute live und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute wieder nach Torgas begeben in die gewundenen Korridore. Und dazu war ich schon ein paar andere Ebenen und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir schon abgeschlossen, 7 wollen wir jetzt als nächstes machen. 6 hatte ich ja auch schon aufgenommen, falls euch der Run interessiert, findet ihr den sicher noch irgendwo auf meinem Kanal. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch eine kleine Playlist, muss ich mal gucken. So, wir wollen jetzt aber in die siebte Ebene rein und zwar hatten wir die sechste eigentlich relativ gut abgeschlossen. Da bin ich glaube ich mit keinem Tod durch, nur zwei Disconnects hatten wir und ich hoffe, dass wir dieses Mal nicht mehr... Oh, wir haben wieder die Schlundratten, die müsste ich... Mondfeuer wäre auch gut, aber wir nehmen die Schlundratten mit. Am Anfang sind die immer sehr stark, die hatte ich das letzte Mal auch am Anfang. Und das macht tatsächlich Sinn, die mitzunehmen, denn für jede Schlundratte, die wir töten, kriegen wir 2% mehr Live. Und ich sag ja immer, hier im gewundenen Korridore ist Live am Ende relativ stark tatsächlich. Das einzige Problem, was wir jetzt gerade haben, dass wir im Kaltherz Dingster-Boomster sind und ich hasse diese Ebenen, weil da relativ viele Mobs dabei sind. Die 4, das zum einen, also du kannst schlecht was zusammenziehen, weil halt sehr viele 4 Mobs dabei sind. Und was halt noch dazu ein bisschen kacke ist, hier hast du keine Wände und du kannst überall runterfallen, was ja schon ein bisschen nervig ist. Es gibt ein paar Mobs, die kicken einen teilweise auch. Die größere Kacke ist, du kannst die Mobs nicht LOSen und wenn du größere Packs zusammen pullen willst und das Tank versuche ich immer eher so ein bisschen zusammen zu pullen, dann hast du einfach das Problem, dass das hier nicht geht, weil du ohne Wände kannst du die nicht LOSen, dann kommen die halt nicht alle zusammen, das ist richtig nervig. Achso, ich soll nochmal raus und wieder reingehen. Ne, das ist nicht so schlimm, die switchen ja eh pro Ebene. Also ich habe jetzt wahrscheinlich 2-3 Ebenen Kaltherz und dann switcht es zu was anderes. Also das ist jetzt kein Stress, ich mag dieses Kaltherz am wenigsten, das ist mit Abstand das beschissenste, wie ich finde. Aber das ist ja jetzt nicht die komplette gewundenen Korridore, das Kaltherz, sondern das switcht ja zwischendrin, hoffe ich zumindest. Also, ne, hier mal schauen. Ich vermute, dass es switchen wird. Wir werden, wir werden sehen. Aber jetzt hier am Anfang ist es eh noch relativ chillig, ätzend ist dann, wenn Ebene 16, 17 Kaltherz ist, das brauche ich nicht unbedingt, aber da hast du halt wenig Einfluss drauf, ne, was du kriegst. Das ist halt einfach random aus allen möglichen Gebieten geswitcht. Komplett random. So, jetzt haben wir noch nicht sonderlich viele Trades. Wir haben einmal hier die Schlundratten, ne, deswegen ist es gut, wenn man das am Anfang hat, dann kann man noch viele killen. Ich hatte in der letzten Folge schon erzählt. Ich hatte bei einem, ich glaube, beim Layer 3 oder, oh shit, den habe ich jetzt nicht mehr gekickt gekriegt. Schau mal, der Kick war raus, aber er hat mich gleichzeitig geführt, ne. Also der Kick ist auf Cooldown, aber war anscheinend zu spät. Naja, Server-Lag. Was soll ich sagen, genau, ich hatte die Schlundratten, oh, das ist gut, ne, Moment. Hatte ich einmal als letzten Trade vom Endboss gekriegt. Na, da bringt dir dann natürlich gar nichts mehr. Weil wenn du dann keine Schlundratten mehr killst, dann kannst du es halt nicht hochstacken. Aber wenn du es als erstes Trade bekommst, ist es halt sehr gut, ne. Dann kriegst du es halt easy, auf Maximum gestackt, 100% mehr Life, das macht was aus. Halt, diesmal bringen wir den Kick schon durch. Ich bräuchte mal eine Weak-Aura oder irgendein Add-On, das mir dann macht, wenn hier der 4 angesetzt wird. Und, dass ich es so ein bisschen besser im Auge habe, ne. Ich hatte sowas mal für M+, das war eine schöne Sache in BFA. Müsste ich mir eigentlich für M+, jetzt hier in Shadowlands auch nochmal holen. Und vielleicht auch für Torgast, ne. Hilft auf jeden Fall. Du glaubst, RBG ist einfacher? Also die meisten Raid-Guilden, die eigentlich sonst mit PvP jetzt nicht so viel zu tun haben, die spielen alle RBG. Zum Beispiel bei mir in der Gilde. Ähm, die haben auch X, schau, heute und gestern war auch wieder RBG, ähm, angemeldet, äh, hier quasi im Kalender, ne, eine Geschichte, was ich anmelden konnte. Und die machen das nicht, weil sie so gern RBG spielen, vermute ich mal, sondern weil sie halt einfach das Gear übers RBG relativ gut holen kann. Du kannst halt mit relativ wenig Aufwand, ähm, über PvP sehr gute Sachen bekommen. Einfach, weil es halt den Händler gibt. Und du dir dann die Slots aussuchen kannst, die dir vielleicht eventuell noch fehlen. Da das eine Teil, was du halt einfach nie kriegst. Und wenn du ein bisschen Rating hast, ich glaub, schon auf 1800 kannst du ganz passabel das Itemlevel holen. Ich will da jetzt aber nicht zu weit in die Materie gehen, weil ich selber, ähm, das Addon... Ah, nee, der Sprung, jetzt noch den Sprung in Kaltherz mitnehmen, ganz sicher nicht. Weißt du, wie oft ich schon von der Plattform geflogen bin mit dem? Weil jedes Mal, wenn du springst, fliegst du ein gutes Stück nach oben. Und das ist total cool, du kommst richtig schnell durch die Ebenen durch. Also eigentlich ein richtig guter Trade. Bloß wenn man halt so ein Gimmel wie ich ist, der die ganze... Ich hüpfe die ganze Zeit rum, ne? Und wenn du da nicht dran denkst, oder ich denke dann immer so zwei, drei Minuten dran, und dann denke ich nicht mehr dran. Dann hüpfe ich irgendwo so am Rand rum und fliege runter. Das ist mir zu oft passiert, deswegen mach ich das nicht. Weil ich halt, weil ich die ganze Zeit am rumhüpfen bin. Das ist das Problem, weißt du? Wenn ich move, dann hüpfe ich die ganze Zeit rum. Und wenn du dann dieses Sprung drin hast, du fliegst nur noch hin und her, ne? Und so fliegst du halt gegen die Wand, aber hier im Kaltherz fliegst du halt runter und dann hast du den Tod rausgehauen. Und ja, jetzt hier wieder, er kickt mich halt. Das meine ich, die kicken dich halt auch runter. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, WoW ist kein PvP-Spiel. Der, der, ich würde, ich würde so weit gehen, dass der große Fokus nicht auf dem PvP-Content liegt. Und das schon seit Jahren, ne? Also PvP ist jetzt nicht der Main-Content. Es ist der Main-Content für manche Spieler. Aber ich glaube, Blizzard legt nicht den Hauptfokus dran. Weil dafür kommt halt zu wenig Content im PvP-Bereich, ne? Das ist definitiv der Fall. Also dass im PvE-Bereich wesentlich mehr Content kommt, ne? Es gibt bestimmt, wenn du, wenn du sagst, ich will, ich will ein Spiel spielen, das hauptsächlich PvP ist oder aus PvP-Content besteht, dann sind, glaube ich, andere Spiele besser. Aber WoW hat halt auch eine relativ aktive PvP-Community. Also das kann man jetzt nicht ganz abstraten. Aber ich finde PvE-Content tendenziell, äh, interessanter tatsächlich. Wobei ich eigentlich Sammel-Content interessanter finde. Das ist nochmal eine dritte Geschichte, so eine dritte Nische. Aber PvP mag ich eigentlich auch. Aber ich würde nicht nur PvP spielen wollen. Das ist dann auch nicht so meins. Aber so ab und zu ist es mal ganz lustig, auf jeden Fall. Ja, natürlich, es gibt Spiele, ähm, namentlich hauptsächlich auch, ähm, Shooter, ne? Die, die natürlich nur oder hauptsächlich von, von PvP-Content leben, ganz klar. Das ist natürlich WoW nicht. WoW ist, denke ich mal, hauptsächlich, ähm, Raiden im Plus in die Richtung groß aufgestellt. Aber es gibt halt auch sehr viele Leute, die Arena-RWG spielen und auch wirklich nur das machen, ne? Und halt auch nicht in den PvE-Content gehen wollen, ne? Kenne ich auch viele, die sich dann, uh, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ah, das ist gar nicht schlecht. Denn Vollmond, die nehmen wir mit. Die dann, ähm, immer fluchen über PvE-Trinkets in Arena zum Beispiel, ne? Die nehmen wir fluchen, ach, scheiße, jetzt muss ich in den Raid oder ich muss da im Plus dieses und jenes Trinket. Weil das halt einfach so stark ist und es quasi ein Muss ist, ne? Das war ja jetzt, ähm, am Ende von, ähm, von BFA zum Beispiel so. Da war ja die Geschichte, also da waren ja auch, oh fuck, jetzt hab ich mich stunnen lassen. Uh, das ist nicht gut. Ähm, da waren ja die einen beiden Trinkets so gut. Und zwar, ähm, bei vielen Millis. Und ich hatte die ja auch einmal, das Motorrad, wie ich's so schön nimm, Fernleitgerät, heißt es glaube ich im Fachjargon. Und, ähm, das Drestagard Trinket. Die beiden waren halt sehr gut und da hast du halt auch gemerkt, dass sehr viele Leute, ähm, die explizit gefarmt haben. Für das eine musstest du halt M-Plus machen, die Mechagon-Inni. Und für das andere musstest du halt den Raid Drestagard umhauen. Und ich hab dann auch mit Leuten gesprochen, die jetzt, ähm, Raids boosten. Und du hast, du hast das auch so ein bisschen gesehen, dass die fast, also die viele PvP-Spieler sich dann halt einfach M-Plus Drestagard, äh, einfach nur den einen Boss gekauft haben, um das Trinket zu holen. Und das hat sich auch im Preis wieder gespielt, tatsächlich. Hab mich ja auch ein bisschen erkundigt. Äh, Drestagard war wesentlich teurer als die anderen Bosse für den Slot, ne? Das ist, äh, so interessant, wie sich so Entwicklungen ergeben, ne? Gut, M-Plus haben dann die meisten auch so gemacht, aber ein Raid ist natürlich eine Hürde. Wenn du sonst nur Arena spielst oder RBG, dann hast du meistens halt kein Raid, ne? In M-Plus gehen viele Raid, äh, viele Arena-Spieler oder, ähm, RBG-Spieler auch so mal, ne? Allein wegen der Weekly Chess war das letzte Season oder im Ding schon ganz interessant. Warte mal, jetzt, ich geh grad irgendwie so ein bisschen hops, merk ich. Mal gucken, müssen wir uns was einfallen lassen. Muss die mal desorientieren. Das Problem ist, ich kann auch nirgends hin, weil dieser Einschlag mich die ganze Zeit hier... Holy moly. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, hier... Hier war das tatsächlich jetzt grad schon ein bisschen knäpplich. Ich hab noch zu wenig Halt-Trades grad drin. Ah, ein bisschen viel gepullt vielleicht auch, ne? Ja, jetzt noch mal... Ich, jetzt, also... Jetzt, ich bin da in der zweiten Ebene und hab jetzt grad schon ein bisschen gestruggelt, tatsächlich. Nicht, dass das hier doch nur schwierig wird. Also jetzt nicht krass gestruggelt, aber das war jetzt schon... War jetzt schon so ein bisschen, dass wir Probleme gekriegt haben, muss ich gestehen, ne? Wo heil ich mich denn so wenig? Warte mal, hab ich irgendeine Kacke drauf? Halber ein Gegner... Ja gut, ne, eigentlich... Wie läuft das grad mit der Heilung? Nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt holen wir uns den Gaul mal. Aber das wird dann auch besser mit... Oh, okay. Das hat ein Knockback, wenn er dich chargt. Gut, da muss ich mir am besten so hinstellen, dass ich jetzt nicht vielleicht unbedingt von der Plattform fall. Ich hab halt die Möglichkeit, ne, mit zwei Zaubern wieder zurück zu chargen. Einmal mit meiner wilden Attacke. Und das andere ist halt das Schädelstoßen, was halt eigentlich mein Interrupt ist. Kann ich dem... Ne, dem kann ich nicht mehr ausweichen. Also der chargt mich auf jeden Fall, ne? Aber ist die H so schlecht in der Arena grad? Kann ich mir das fast nicht vorstellen. Die H war eigentlich immer... War ja immer so ein bisschen... Verschrien als die Face-Roll-Klasse. Und gut, ich hab jetzt noch nicht so sonderlich viel Arena gespielt, aber... In BFA war der eigentlich schon relativ solide, würde ich jetzt mal behaupten. Aber gut, das war sich jetzt... Ich hab ein bisschen Geplänkel gemacht, ne, um so ein paar Punkte mir zu farmen. Und da ist mir hauptsächlich aufgefallen, Eulen und Feuermages, die knallen halt, ne? Und da geht dann halt was. Halt beim Rennen, alle eine Sekunde... Das ist halt gut. Wenn ich aber halt den anderen Damage-Buff kriege, dann kann ich halt nicht mehr rennen. Ich muss jetzt halt gleich schon mal überlegen, falls das, dann das. Ich nehm lieber die Mastery mit. Das Heilen wär sehr stark gewesen, tatsächlich. Na, ich bereue's fast. Eigentlich hätte ich das Heilen mitnehmen sollen. Eigentlich. Na, scheiß drauf. Das ist halt, ne, wenn du bestimmte andere Trades kriegst, dann... Also, ich spekuliere hier auf einen Trade, den man relativ oft bekommt, dass man 50% mehr Schaden... Ja, super, jetzt hab ich den 4 nicht gekriegt. 50% mehr Schaden macht, aber die ganze Zeit, weil da runtergeslowed wird, ne? Mit dem spiele ich sehr oft, weil das halt einfach ultimativ Damage bufft, wenn du die ganze Zeit 50% mehr Damage hast. Aber dann kannst... Oder bringt's halt nichts mehr zum Laufen, ne? Ja, Eulen-Burst ist richtig krass. Du, ich hab da Videos gesehen, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Da haut die Eule innerhalb von wenigen Sekunden so viel Schaden raus, dass alles zu spät ist. Ist das clever? Also, das ist wahrscheinlich jetzt nicht clever, was ich tue. Das ist wahrscheinlich jetzt echt nicht clever, aber wir probieren's jetzt mal. Ich hab jetzt halt noch keinen krassen Damage-Push. Ich hab wahrscheinlich jetzt hier X4-Mobs drin. Jetzt fährt keiner. Hab ich eigentlich Vollmond schon? Na doch, ich hab Vollmond. Ich müsste eigentlich ein paar mit Mondfeuer dotten. Ja, dass der Vollmond hier ein bisschen reinprockt. So, jetzt ist Inka ausgelaufen. Die Elite-Mobs sind noch halb voll. Das wird jetzt spaßig. Das wird jetzt spaßig. Jetzt dotte ich sie halt mal alle. Und versuche über einen Vollmond, sie zu killen. Ich hab halt leider noch nicht sonderlich viele krasse Damage-Sachen. Jetzt prockt hier ein bisschen der Vollmond rein. Können wir uns nochmal heilen. Dann war's das mit der Heilung. Dann haben wir nur noch eine Wall und dann ist Feierabend. Aber der Vollmond macht sein Übriges. Geht jetzt halt wesentlich schneller, als wenn ich sie auf zweimal gemacht hab. Aber es war schon knapp. Was? Ich krieg keine Orb? Ich hab so viele Elite-Mobs gekillt und krieg einfach gar nichts? Okay. Danke für nichts, Blizzard. So, dann retten wir mal den Kyrianer noch, hätte ich gesagt. Also ich glaub, ähm, also, ne, Kaltherz ist immer ein bisschen ätzender. Ganz klar. Aber das fühlt sich jetzt schon nach einer guten Steigerung an zu dem Sechser, den ich vorher hatte. Es ist zwar immer schwer zu vergleichen, weil es ja sehr abhängig von den Traits ist. Aber so fühlt sich jetzt wesentlich knackiger an, als vorher. Mal gucken. Das könnte vielleicht doch noch ein bisschen herausfordernd werden. Da oben haben wir schon einen Boss. Hier sind auch noch ein paar Elite-Mobs. Ich halt nicht mit Inka rein starte, ist das halt echt nicht so geil. Und dann hab ich nicht so ein Absorbschild. Sorten wir sie mal alle zu. Mein Legendary, ne, das mit Hauen das Absorbschild draufhaut, ist halt für Torgas so gut. Also wenn ich das nicht hätte, könnte ich diese großen Pulse auf keinen Fall machen, ne? Also wirklich never ever. Ja, es war Glück, dass da kein Vier-Mob drin war. Mittlerweile, die Agenten sind das nämlich die Vieren. Mittlerweile weiß ich das, weil mir das gesagt wurde, beziehungsweise ich hab auch ein bisschen geguckt gehabt, ne? Was? Okay, ich krieg einfach gar keine Orbs. Set life. Hier, ne, Sperrwerfer ist das. Beides nicht die Mobs, die komische Sachen machen. Schauen wir mal. Im Moment fühl ich mich noch im Verhältnis zu den Mobs relativ schwach tatsächlich. Jetzt mal schauen, wie der Boss so wird. Steht genau daneben. Wir befreien den. Ist halt, ist halt 10 Meter weg oder so. Der Archon sei Dank. Ihr habt unseren Dank, Schlundgänger. Möge euch die Archon leiten. Oh, verringert die maximale Gesundheit um 15%. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir auf keinen Fall. Das, das, man muss echt immer ein bisschen gucken. Es gibt hier einige Effekte, die halt auch einen Negativ-Effekt dabei haben, ne? Und da muss man halt echt schauen, was man, was man da dann nimmt. Weil 15% weniger live ist halt einfach dreckig. Das würde ich halt nicht nehmen. Für ein bisschen Movement-Speed, never ever. Und es gibt halt auch so Effekte, die irgendwie prozentual Kritter erhöhen, prozentual irgendwie Lifesteal oder irgendwas. Und dann tun sie irgendeine Damage-Art um 25% verringern. Wenn das jetzt Frostschaden ist, den ich selber nicht hab, ist kein Problem. Aber auch die Heilung um 25% runter. Und ganz ehrlich, meine Heilung um 25% beschneiden, das sollte man sich ganz gut überlegen. Weil bei Bossen braucht man die tatsächlich. Oder auch bei, wenn man mehrere Mops... Oh fuck, jetzt hab ich, jetzt hab ich einen falschen Cast-Interrupt. Und wenn jetzt gleich der 4 kommt, hab ich gelitten. Ach. Ach. Ich wusste, ich wusste, dass das passiert. Ich konnte einmal desorientieren. Ach. Ich wusste, in der Sekunde, wo ich den anderen Cast-Interrupted hab, dass ich gelitten hab, ne? So ein Scheiß. Aber gut, der Boss wird mir jetzt trotzdem nicht gefährlich. So. Dreck, Dreck, Dreck. Dreck. Ja. Wunderbar. Wunderbar, dass wir so krasse Trades hier bekommen. So muss das sein. Irgendwie droppt hier aber auch nicht sonderlich viel, ne? Also. Mal schauen, was wir jetzt hier kriegen. Ebene 3. Ist das so eine Venari-Ebene? Ich glaube schon, ne? Vielleicht haben wir da mal ein paar gute Sachen dabei. Ich hab halt so ein bisschen Angst vor einem Torgas-Run, wo ich halt nur Mist krieg und am Ende dann übelst am Strugglen bin, ne? Das ist halt so der einzige Kritikpunkt, den ich an Torgas hab. Gut, abgesehen von den Disconnects, das gefällt mir natürlich auch nicht, aber, ne, hilft dir jetzt nichts. Aber so von der Grundmaterie, ähm, dass du halt manchmal halt richtig randommäßig nur Mist bekommst und dann so viel schwächer bist als in anderen Runs. Und das ist halt teilweise schon, schon ärgerlich. Okay, der macht auch ein bisschen Magic-Damage, glaube ich. Hä? Was backt bei dem rum? Ah, jetzt können wir... Relativ viel Phantasm, ha? Prudeler, was kaufen wir noch ein? Das nehmen wir mit. Oh, dann, was macht denn das hier? Ah, ne, das nehmen wir nicht mit, oder? Hm, wenn ich den anderen Trade habe, könnten wir... Das könnte ich mal mitnehmen. Oder ich gehe auf die Kugel, weil da haben wir letztes Mal einen relativ coolen Effekt bekommen. Komm, ich gehe mal auf die Kugel. Dann kann ich die wieder zurückgeben. Ich sehe gerade, der andere Effekt, der hat recht viel Schaden gemacht, ne? Schade, jetzt haben wir... Egal. Wort geht ab, grüß dich. So, hier nehmen wir das Krit mal mit. Warte mal, ich habe jetzt wieder Dornranken nicht mitgenommen gehabt. Ach. Ach, ich hätte wieder... Weil wieder die Blutraser reiten. Richtig dumm. So, was haben wir hier? Bände? Ne, nehmen wir das Mundfeuer mit. Kriegen wir ein bisschen weniger Damage. Nehmen wir Hauen mit. Welche Stufe ich bin? Ähm, das ist jetzt Stufe 7 sind wir jetzt, ne? Vorher hatten wir 6 gemacht, jetzt sind wir 7. Und jetzt bin ich auf Ebene 3. Also noch nicht sonderlich weit rein. Jetzt hier quasi erst angefangen mit. Aber, ja. Mal gucken. Ich will nachher auch noch 8 machen, ne? Aber, also heute Abend ist Torgast, äh, durchgepowert. Bis jetzt musste ich zum Glück noch keins zweimal machen, ne? Trotz Disconnect sind wir bis jetzt gut durchgekommen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber mal schauen. Ja, super. Jetzt kommt da der Einschlag. Okay, ich konnte noch den Einschlag abwarten und ihn dann kicken. So, jetzt irgendeinen, so einen Mob muss ich jetzt in so eine Orb verwandeln, ne? Mal schauen, was wir da so machen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeine Auswirkung hat. Also einen Elite-Mob können wir ja nicht nehmen. Jetzt nehmen wir einfach mal so einen Speer. Schauen wir, was wir dann kriegen. An Orb. Achso, wenn ich einen Gegner töte, dann stapelbar einen Effekt. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so geil, aber okay. Jetzt lieber wieder so einen... Also der Anhänger, den ich letztens hatte, der war gar nicht so schlecht, ne? Was machst du morgen? Ja, morgen will ich M+. durchziehen. Also ich habe sonst schon alle Weekly-Sachen gemacht. Tatsächlich. Und ja. Im Plus habe ich halt die Woche noch gar nicht. Hast du auch Massen-Pull-CDs? Ja, mit Inka pulle ich relativ viel zusammen, aber hier stehen alle Mobs einzeln rum. Das lohnt sich eigentlich kaum. Ja, und hier ist halt Kaltherz, ne? Kaltherz ist halt das Allerbeschissenste, was man haben kann. Die könnte ich jetzt vielleicht hier rein pullen. Müssen wir mal schauen, ob was hier für vier Mobs drin sind. Aber ich sollte die trotzdem einmal dotten, wegen dem Einschlag. Ja, da haben wir ihn. Ja, seht ihr jetzt Resette? Das ist so dumm. Du ziehst die Mobs halt ein paar Meter mit und sie... Der steht hier hinten. Und ich ziehe ihn hier hoch und da Resette der. Kannst du keinem erzählen. Das ist doch einfach dumm. Der ist sogar noch hier in Sichtreichweite. Also deswegen mache ich das hier auch nicht, ne? Du kannst halt die Mobs nicht vernünftig zusammen pullen. Die hauen halt sofort ab. Ach, DCs. Ah, nicht CDs. Ah, andersrum. Ja, habe ich auch schon gehabt. Im letzten Run hatte ich... Hatte ich zwei tatsächlich. Einmal beim... Oder doch, zwei hatte ich. Aber ich habe keinen Tod verloren dadurch, glücklicherweise. Und auf Ebene 6, wo ich am Donnerstag drin war... Oder nee, Ebene 6... Äh, Ebene 5 war das, wo ich am Donnerstag drin war. Ohne Scheiß. Da hatte ich so viele DCs. Das war... Das war nicht mehr... Nicht mehr feierlich. Also da habe ich schon richtig abgekotzt, ne? Weil man hat dann... Haben dann auch alle möglichen Sachen rumgespackt, ne? Das war ja nicht nur der Fall, dass ich dann Disconnect habe und wieder reingekommen bin. Und eventuell noch einen Tod verloren habe. Was halt auch ärgerlich ist tatsächlich. Vor allem, wenn du dann so noch den einen oder anderen Tod durch andere Sachen verlierst. Aber zusätzlich haben Sachen rumgepackt. Unter anderem hatte ich halt das Problem... Oh, fuck. Das war jetzt vielleicht hier nicht so eine gute Idee. Ja, und sie fielen mich auch noch. Okay, das könnte jetzt nach hinten losgehen. Was wollte ich sagen? Und ich hatte dann halt so Bugs, dass meine Trades irgendwie zurückgesetzt worden sind. Beziehungsweise, dass... Ah, super. Die führt mich da jetzt in den Ding rein. Dass, wenn ich neue Sachen aufgehoben habe, die nicht gezählt haben und sowas... Also, ich bin mir jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob nur das Interface kaputt war und ich die Trades trotzdem bekommen habe. Oder, ähm... Ob das komplett gebackt hat. Das weiß ich halt nicht genau, ne? Das weiß ich nicht genau. Aber nervig ist es trotzdem, ja? Weil du dann auch nicht mehr nachgucken konntest. Was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt nicht geholt? Manchmal ist es ja relevant, wenn du was... Ähm... Wenn du eine Fähigkeit holst. Zum Beispiel gibt es welche, die lösen aus. Wenn du Frostschaden verursachst, dann kann das und das ausgelöst werden. So, im Normalfall mache ich keinen Frostschaden. Dann gibt es aber andere Fähigkeiten, die wiederum Frostschaden verursachen. Und wenn du die natürlich dann, ähm... Kombinierst, dann kann es halt relativ krass sein, ne? Da musst du aber nachgucken. Habe ich so eine Fähigkeit? Macht das Sinn? Weil sonst, was das nur durch Frostschaden auslöst, wenn du keinen Frostschaden hast, bringt halt einfach gar nichts. Ja? Deswegen muss man da so ein bisschen gucken. Ich hätte auch auf den Viers... Ah, das könnte ich mal probieren, ja? Vielleicht bringt es was. Aber ich habe die Disconnects tatsächlich nur hier in Torgast, ne? Also, ich hatte... Sonst habe ich eigentlich keine Disconnects. Zumindest schon länger nicht mehr gehabt. Gut, vielleicht fällt es dir auch mehr in Torgast aus, weil es da um was geht. Aber nee, ich meine jetzt... Weiß ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt mal aus diesem Kaltherzbereich rauskomme, ne? Vielleicht wäre es dann doch cleverer gewesen, rauszugehen. Weil jetzt... Das ist jetzt die vierte Ebene, wo ich jetzt in dem Bereich bin. Wie ist das jetzt hier nicht so geil? Ähm... Dann gehe ich jetzt erstmal hoch. Schaue, was da oben noch... Ah, ich brauche nur einen Schlüssel. Wahrscheinlich liegt der da hinten irgendwo. Aber jetzt gucken wir mal. Ah, nee, da liegt der. So, ihr habt mir ja gesagt, ich sehe das auf der Map, ne? Kann ich die da hinterziehen? Mal gucken, ob sie wieder resetten. Bei Inka hierfür. Achso, den Mittler. Ja, ja, den darf ich nicht umwandeln. Das wurde mir ja schon gesagt, dass das eine schlechte Idee ist. Und hier haben wir so einen Sack gekriegt mit ein paar Materialien drin. Auch nicht so verkehrt. Nehmen wir die Heilung mit. Das ist jetzt der... Ja, jetzt habe ich schon dreimal die Heilung. Viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Einmal geht wohl. Okay. Hm. Ich will eher so einen Schatzgoblin mal umwandeln. Das soll relativ nice sein. Schatzgoblin. Da oben müsste dann zu Ende sein. Mal gucken. Hier, die sind halt auch schon wieder fast zu weit auseinander, dass sich das rentieren wird, die zusammenzuziehen. Holen wir die mal hier hin. Danach kommt ja eh nur noch der Boss. Okay. Jetzt habe ich halt keine Inka ready für den Boss. Egal, den müssen wir auch so packen. Ich habe jetzt halt noch keine... Also ich habe noch nichts, was krass ist. Was richtig Damage macht oder krass defensiv ist. Jetzt haben wir alle so... Ich habe schon 25 Bonis und habe lauter so mittlere Sachen nur. Leider. Nichts krasses. Quack, der hat fast daneben gesprungen. Vorhin, ne? Habe ich ja so ein Damage dann auf einmal rausgehauen. Bei dem einen Single Target Mob war ich dann bei fast 70.000 DPS, ne? Das ist das Tank. Ohne... Und da habe ich nicht mal CDs gezogen. Ich weiß gar nicht, was da abging auf einmal. Da hat es richtig reingerumst. Aber hier ist jetzt irgendwie noch nicht so... Noch nicht so viel. Dann war er tot. Okay. Ich glaube, das sind verschiedene, oder? Aber das müsste ich mir auch mal angucken. Ne, was ich vorhin schon erzählt hatte. Die Schatzgoblins, ne? Gibt es ja hier auch welche, die in Torgas rumstehen. Und die kannst du anscheinend auch umwandeln. Und dann soll es so eine Special Ebene kommen. Das soll so ähnlich wie das Q-Level in Diablo sein. Und das würde ich gerne mir mal anschauen. Da soll es anscheinend irgendwas Cooles geben drin. Das würde ich mal gern sehen. Das war 700k. Also auf so viel bin ich noch nicht gekommen. Also ich war mal auf 600k als Tank, ne? Und da habe ich alle Live-Sachen mitgenommen. Aber ich muss halt auch vor allem auf Damage gucken. Also das ist okay. Verursacht Schatten, Schaden, Hilfe von 40% der Schaden, der auf Gegnern öffnet. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ihr könnt nicht mehr rückwärts laufen. Ja gut, scheiße, auf rückwärts laufen. Habe ich 40% Damage Reflect. Das ist auch relativ stark. Das soll ich mitnehmen. Bisschen, bisschen rückwärts laufen. Wenn du mal diese ganzen Sachen dabei hast, ne? Nicht mehr springen können, nicht mehr rückwärts laufen. Nun kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Das kann ich mir vorstellen. Eule ist halt eh schon so ein Burst-Monster. Und wenn du die richtigen Damage-Proc-Sachen hochstackst, dann kannst du, denke ich, mit der Eule hier die Bosse so richtig zerstören. Aber ich will es als Eule machen und ich will auch Torgast Solo durchballern. Ich habe mir sagen lassen, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es 100%ig stimmt, aber ich habe mir sagen lassen, dass Torgast mit mehreren Leuten einfacher sein soll. Also in der Gruppe soll es anscheinend einfacher sein. Ich denke mal, man kann es halt immer schwer vergleichen. Und ich kann jetzt auch wenig dazu beitragen, weil ich halt bis jetzt nur alleine unterwegs war. Deswegen habe ich halt null Referenzwerte. Aber ich kann es mir schon vorstellen, ne? Wenn er mit einer guten Kombination... Echt nur 50 km mit Sternsorg. Ja, das kommt halt auf die Trades an, ne? Wenn du so und so viele prozentual mehr Damage-Sachen stacken kannst, haust du halt richtig raus. Jetzt will ich mir überlegen, ob ich hier ein bisschen was zusammenziehe. Ich bin halt immer noch kaltherz. Das ist wahrscheinlich jetzt dumm, was ich tue, aber wir versuchen jetzt mal... Ah, da resetten sie wieder. Ich hasse es. Jetzt muss ich nochmal zurücklaufen. Hier geht's noch. Lustigerweise keine CC-Mobs dabei. Glück gehabt. Ich brauche jetzt halt mir die krassen Epic-Teile, dass ich 50% mehr Schaden mache. Hier 60% mehr. Zack, zack, zack. Dann, wenn sich das alles halt gegenseitig hochsteckt, ne? Dann hast du einen Haufen Versa. Dann haust du auf einmal so viel mehr raus. Das nehmen wir mal mit, mit dem Ding-Schaden. Mal die Inke ein bisschen, die Abklingzeit runternehmen. Super, da oben haben wir einen Mob vergessen. Da hinten muss ich jetzt halt auch nochmal zurück. Ich versuche schon alles mitzunehmen, ne? Um das Maximale rauszuholen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wann wir angefangen haben tatsächlich, ne? Ich wollte etwa so ein gewisses Gefühl haben, wie lange ich drin bin. Für den letzten Run habe ich gebraucht eine Stunde und 49 Minuten. Also da gehen wir langsam an die zwei Stunden ran. Gut, hatte ich auch zwei Disconnects, ne? Und habe wirklich alles mitgenommen. Aber ich denke mal, jetzt so sieben und acht, also an die zwei Stunden plane ich. Und, naja, wenn du halt das alles hintereinander machst, ne? Das schlaucht natürlich schon ein bisschen, ganz klar. Das Vollmond 500k-Kritz, das ist natürlich eine krasse Angelegenheit. Da geht was. Also auf so viel bin ich noch nicht gekommen. Also mit keinem Spell. Aber für meine Tank-Verhältnisse habe ich schon sehr, sehr viel reingehauen. Also da kannst du nichts sagen. Aber ist es als DD nicht irgendwie so, dass die die Mobs richtig auf den Latz geben? Weil ich kriege ja als Tank teilweise schon viel Schaden. Da müsste ich ja um einiges mehr aushalten. Wie kommt das mir so vor, ob ich so gesloten bin? Die sind tot, bevor die da sind. Okay, das gilt sicher für Ranged-IDs. Aber wie ist es mit dem Belee? Und auch haust du die Bosse auch so schnell um? Kann mir das fast nicht vorstellen. Wenn hier alle zu dorten, dass ein bisschen der Vollmond reinprockt. Ich habe nämlich so ein Trade-Gold. Wenn 20 mal Mundfeuer quasi getickt hat, dann plockt der Vollmond rein. Das ist eigentlich schon relativ stark, ne? Da macht der Vollmond den meisten Schaden. Obwohl es gar kein Bären-Spell ist an sich. Ach. Ja, ich muss das mitnehmen. Eigentlich ist das, was ich jetzt geskillt habe, gut für E. Aber ich will eigentlich nur Single-Target-Space reinnehmen. So, der wandelt wieder alles um. Ah ja, gut. Okay, so hat es geklappt. Ach, komm. Ja, komm, nehmen wir das mal mit. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich diverse nehmen müssen. Echt, okay. Ja gut, wenn du das Eulie natürlich so reinratzt, hast du dann schon komplett durchgeballert, oder? Also alle Ebenen hier. Na klar, da haust du selbst einen Mob mit 10 Millionen Leben schnell um, wenn du halt 500k-Kritz hast, ne? Und wenn du noch ein bisschen kaltest, da passiert da nicht sonderlich viel. Das glaube ich schon. Jetzt schauen wir mal, sollen wir was machen, was mir Zeit spart, aber vielleicht auch in die Hose gehen könnte. Holen wir mal alle zusammen. Jetzt hoffen wir mal, dass da nicht so viele Dings-Mobs dabei sind. Nicht so viele 4- oder CC-Mobs. Muss ich den Boss wieder ins Target bekommen? Ist das der Boss? Ja, oder? Könnte da jetzt auch übelst in die Hose gehen, was wir hier machen. Ja, das wird schon gut gehen. Das ist easy. Okay. Bei knapp 1 Millionen Stand. Ja, das ist halt die Sache. Die haben dann irgendwann halt richtig viel Life, ne? Und wenn, also wenn die Bosse so reinhauen, wie ich bei dem einen Bugten-Boss hatte, der auf einmal 10 Millionen Leben hatte, schon auf Stufe 2, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie so eine Eule mal relativ schnell wegnatzen, ne? Und ich denke mal, so ein Magier noch fixer. Eine Eule hat ja zumindest so ein bisschen Rüstung. Aber so ein Magier, der hat ja fast nichts. Okay, das hat gut geklappt. Ja, hier kriegen wir halt aber wieder nur Mist. Mist. Ich tue mal nebenbei immer, wenn ich hier Auto-Walk mache, tue ich meine Auktionen mit dem 2. Account neu einstellen. Deswegen natürlich immer dann in eine Richtung laufen. Muss nebenbei noch ein bisschen Gold verdienen, wisst ihr? Immer hier so ein Auge mit drauf. Ich habe immer einen Legendary Market noch am Start. Und ja, vor allem Samstagabend ist natürlich Premium-Tag, was Gold angeht, weil da die meisten Leute natürlich Zeit haben. Dann sich vielleicht den ein oder anderen Twink spielen und ein bisschen hier Zeugel kaufen, weil sie einen Torgast genug zusammen haben für den Legendary. Da muss man natürlich aktiv sein. So, jetzt soll ich mir nochmal so ein... Ah ne, für die Orb reicht es sogar gar nicht ganz. Was kann ich mir sonst noch so kaufen? Das ist alles Käse. Das hier könnte ich mir holen. Und das hier. Ich habe halt immer noch keine Trades, die ordentlich reinzimmern. Ja, das bringt mir auch nichts. Ach, Chrom. Ich brauche mir jetzt mal was Gescheites. Ja gut, dann haben wir halt nichts, was Damage macht. Dann müssen wir jetzt ewig an dem Boss hier rumzergeln. Schauen wir mal, wie viele Single-Tage DPS auf wie viel ich komme. Okay, der Hit haut mir schon Damage rein, der erste von ihm. Oh boy. Ich glaube, die Runde wird ein bisschen härter. Stimmt, ich kann ja nicht mehr rückwärts laufen, ne? Das habe ich ja ausgestellt quasi. Oh boy. Ich bin halt erst bei 5K, ne? Das kann hier halt hier eine Weile dauern. Okay, Mondfeuer ist aber auf Platz 1 noch. Hm. Ich hoffe, da kommt nachher noch was Gescheites rum. Sonst wird das beim Endboss eine sehr lange Angelegenheit. Iron, ich grüß dich. Und zwar eine sehr, sehr lange Angelegenheit wird das dann. Okay. Es ist halt ätzend, wenn man nicht mehr rückwärts laufen kann. Tatsächlich. Letztens habe ich ja den einen Trade gar nicht bekommen, ne? Hier mit der Fleischformung. Vielleicht wird das diesmal was. Der knallt nämlich relativ gut rein. Okay. So, und jetzt kommen die ersten krassen Sachen. Bitte kriege ich eins, was ich gebrauchen kann. Bitte 50% mehr Damage. Ah, da haben wir Fleischformung. Ach. Schwierig, 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 schwierig. Fleischformung Explo. Oder 50% mehr Damage auf 3 Dots. Ah, ich muss für Bosse fast das hier nehmen. Schwierig, schwierig, schwierig. Da wäre sie gewesen, die Fleischformung, ne? Aber. Ich hätte das andere was besser. Was könntest du für 8 auch zusammen machen? Ah, ich habe eher den Anspruch, alles alleine durchzuballern. Aber wenn ich es nicht packe, dann können wir theoretisch auch gucken. Aber erstmal will ich es versuchen, ob ich es allein schaffe. Weißt du, das ist so ein bisschen eine Ego-Geschichte. Will, wenn wir nicht nachsagen lassen, dass ich Hilfe gebraucht habe. Weißt du, was ich meine? Sonst kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Hast du es gar nicht allein geschafft? Was hattest du auch... Ach so. Ja, ja, du musst immer die negativen Sachen lesen. Es gibt unten stehen dann immer noch die negativen Angelegenheiten. Und die sind teilweise echt ätzend. Also, da muss man echt ein bisschen gucken, dass man da nicht die falschen Sachen auswählt. Was kriege ich denn da immer? Da kriege ich schon Versa durch, ne? Jetzt ist halt die Frage, wie viel... Wäre 3% Versa besser gewesen? Und no. Ja, du, das passiert schnell, ne? Dass man sowas überliest. Ich habe auch schon Fähigkeiten gewählt, die jetzt vielleicht nicht ganz so prickelnd waren. Muss man tatsächlich echt immer ein bisschen gucken. Haben wir hier noch irgendwas zum Zusammenziehen? Ja, die müssen wir, glaube ich, hier töten. Das sehe ich jetzt in der nähere Umgebung nix. Ach, hast du echt die Tastatur gewechselt? Och, komm. Okay. Ja, gut, wenn man es gar nicht gesehen hat, ne? Dann ist vielleicht die, äh, die erste Ding, die, dass man sagt, ah, ist da vielleicht was buggy? Buggy, buggy? Warte mal, wo? Ich glaube, hier geht es weiter, ne? Dann gehen wir erstmal dahinter. Okay. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Panik. Gut, ich kann schon nachvollziehen, was ist denn hier eigentlich los? Achso, da stehen ja richtig viele Mobs. Haben wir den jetzt hier nicht befreit? Ich habe, glaube ich, die Ding abgebrochen. Den Cast musst du mal durchlaufen lassen. Okay, hier ist, hier sind viele Mobs. Ist das so ein Special Ligger? Wahrscheinlich wieder so ein Movement-Handswurscht, oder? Oder ist das so einer, wo ich aus einem rausmache? Ne, der haut einfach nur hier so ein Melee-Hit rein. Und da hinten haben wir auch noch ein Melee-Hit rein. Mal so eine Fiol. Und hier sind ewig viele Schlundraten, ne? Da kann ich mal einen Schlundraten... Ah, ja gut, einen Schlundraten-Buff haben wir eh schon auf... auf Max hoch, auf 100%. Müssen wir mal so noch ein paar Live-Sachen holen. Das wäre ganz gut. Ach, das ist in der Gilde, hat das denn einer gesagt? Ja gut, das ist natürlich perfekt, wenn man... wenn man Gilden-Mates hat, die sowas wissen. Wenn ein Gegner euer Schaden zu viel leidet, ihr Naturschaden, wenn ihr Schaden mindestens 5... Okay. Ha, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dann auf Selfie, dann auf Damage. Ja, also das ist wahrscheinlich keine schlechte Herangehensweise tatsächlich. Aber du... Also ich werte dann immer, wie stark was ist. Wenn was extrem viel Damage bringt, dann nehme ich es das. Wenn was extrem defensiv gut ist... Und ich muss vor allem auch schauen, dass ich Damage rausbringe, weil du musst halt auch gucken, dass die ganzen Bosse und auch die... ähm... und die Rares und so, die haben alle eine Mechanik, dass sie alle paar Sekunden einen Buff kriegen, dass sie mehr Schaden verursachen. Und, ähm... mehr Movement-Speed haben. Heißt, irgendwann machen die so viel Damage, dass sie dich einfach wegnatzen, beziehungsweise, dass sie so viel... dass sie so schnell sind, dass du sie auch nicht mehr kiten kannst, ne? Und wenn du zu wenig Damage machst, dann natzen sie dich sowieso. Also du musst so... du musst so ein bisschen gucken. Du musst genug Schaden machen, dass du die halt umboxt, bevor die dich halt umboxten, ne? Und deswegen... muss man... muss man da so ein bisschen abwägen bei manchen Geschichten. Ist nicht... ist nicht immer so ganz einfach, tatsächlich. Da ist Schlundraten, dass die da immer überall hinrennen. Stoppen wir die einfach mal und laufen hier weiter. Kiste. Hier, dann haben wir den Free-Dev auch schon mal mit dazu. Ja, wie viel geht denn jetzt hier noch weiter? Komm, sollen wir hier mal Dings ziehen? Na gut, da war jetzt Inka ein bisschen umsonst, glaube ich. Bisschen umsonst war das. Kacke ist, wenn die da mal weglaufen, deswegen looten halt echt immer ein bisschen blöd. Harry, ich grüße dich. Ne, Harvey, so rum. Machen wir jetzt kurz einen Ticken falsch. Ja gut, dass die Leute erstmal rumheulen, ist doch immer so, weißt du? Also, lieber einmal zu viel geheult als zu wenig. Also, bis jetzt, ne? Was ich bis jetzt gesehen habe, ist alles machbar. Muss man halt mal gucken, wie das dann weiter oben wird. Ich habe mehr Angst mit Disconnects tatsächlich, als von den Mobs an sich. Das ist eigentlich schon traurig. So, hier haben wir alle weg. Ich bin immer noch im Combat mit irgendwas. Ah, jetzt, okay. Ich würde nämlich gerne sehen, wie viel Schaden ich jetzt auf ein Single Target fahre, weil ich meine, es ist immer noch ein bisschen wenig. Ich müsste jetzt halt hier schon knapp 10k fahren. Ich fahre vielleicht 5, oder? Hätte ich gesagt. Gut, ich habe jetzt kein Inka ready. Obwohl, ich fahre 15. Ja gut. Ja, okay. Ich glaube, im Moment passt mit dem Schaden. Ich fahre jetzt 15k und ich habe nicht mehr Inka ready gehabt. Okay. Das eine mit den 50% mehr Damage, das bringt halt ultimativ viel, ne? Also. Weil dann halt auch diese ganzen Proc-Effekte so viel mehr machen und das merkst du definitiv. So, Ebene 8 sind wir jetzt. Ah, schau mal hier meinen Schlüssel. Machen. Bei manchen Sachen brechen dich die Mobs zum Glück nicht ab, ne? Das ist immer ganz schön. Ich kann mir halt vorstellen, mit manchen Klassen ist, dass es halt bestimmt ätzend ist, so Rogue oder sowas, ne? Wo du halt ein Melee bist, an die Mobs ran musst, traditionell relativ wenig Heilung hast und jetzt halt auch nicht so viel aushältst, ne? Aber bestimmt gibt es dann irgendwas, dass du den Cloak oder hier das Ausweichen länger aufrechterhalten kannst. Ich denke mal, da gibt es bestimmt auch schon Trades, wo du da ganz lustige Sachen machen kannst. Oder dass du da die ganze im Stealth bist oder sowas. Kann ich mir schon vorstellen. Aber was ich mir denke, ne? Dass da Blizzard bestimmt richtig viel Arbeit reingesteckt hat, weil es gibt ja für jede Klasse andere Trades und so. Also da ist bestimmt schon viel Arbeitskraft reingeflossen, bis sie das alles so entwickelt haben, wie das jetzt ist. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Schauen wir mal hier noch mal ein bisschen dotten. Ah, halt. Der Heiler. Hat er jetzt hier die Mobs wieder vollgeheilt? Den habe ich übersehen, ne? Den Kollegen. Das habe ich mir immer noch nicht gebeindet. Schauen wir mal, ob ich jetzt falsch gelaufen bin oder ob ich hätte vorher abbiegen müssen. Zwei Schlüssel haben wir jetzt schon mal. Okay, da oben ist Finish quasi. Da muss ich jetzt erstmal nochmal zurück. Ich könnte den Boss einfach umhauen und dann nochmal zurücklaufen. Ich mache oft, wenn ich sehe, da castet einer von den Mobs, irgendwas, was ich interrupten will, mache ich Desorientieren rein, weil den richtigen Anvisier zu bekommen ist manchmal gar nicht so leicht, wenn da so viele übereinander stehen. Dann mache ich es oft mal so, dass ich einfach Desorientieren durchdrücke und dann sind erstmal alle Interrupt und dann habe ich ein bisschen Zeit, wenn er das nochmal castet, rauszuholen. Das Add-On ist das Beste, was sie je gebracht haben. Weiß ich, also das kann ich jetzt noch nicht, das muss ich am Ende von dem Add-On sagen, wie das ist. Ich bin zufrieden mit Shadowlands, es gibt aber auch viele Sachen, wo ich nicht ganz zufrieden bin, ne? Aber, ähm, das ist immer so, ne? Ich bin nie eine Person, die, es gibt ja immer so Extreme, die ein Spiel angucken oder ein Add-On in WoW und dann sagen, alles gut oder alles scheiße, sowas weiß ich nicht. Sowas, da muss ich immer mit, äh, da haben wir immer Stirn runzelt bei solchen Aussagen, aber, äh, ich finde Shadowlands bis jetzt auch ein gutes Add-On, also es macht mir, macht mir Spaß, hast einiges zu tun. Manche, manche Sachen gefallen mir auch nicht so, zum Beispiel die, diese Geschichte mit den, also am Anfang habe ich richtig, richtig abgekotzt mit, ähm, mit den Worldquests, ne? Wie die, äh, mit Worldquest-Design, weil dir das teilweise auf der Map halt nicht vernünftig sagt, was du machen sollst und das hat mich richtig genervt. Wenn dir die Worldquest fünfmal gemacht hast, dann weißt du, was du tun musst und dann ist es kein Stress mehr, aber so, ich finde es nicht, äh, teilweise nicht so gut erklärt. Die Worldquests sind jetzt wesentlich, also du musst wesentlich mehr für eine Worldquest teilweise, also nicht bei allen, aber für manche, ne? Hast du so, äh, so ein halbes Szenario, so eine Worldquest und, äh, dann steht aber nur drin, klicke oder, äh, oder hau das um und dann musst du aber vorher noch fünf andere Sachen machen, bis du das machen kannst und du siehst nicht, wo du hin musst. Das fand ich sehr nervig, aber wenn du die Worldquest x-mal gemacht das, dann ist kein Stress mehr, ne? Aber das, da war ich am Anfang, da war ich ziemlich verärgert, weil ich ewig rumgelaufen bin und nichts gefunden hab. Aber sonst, ja. Und die Disconnects, ne? Hier in Torgas, die gefallen mir auch nicht so. Aber so, das ganze Collector-System ist, ist eine coole Sache, du hast viel zu tun. Der Raid sieht auch ganz ordentlich aus, die Dungeons sind auch okay, PvP hab ich jetzt noch nicht so viel gesehen, das ist wahrscheinlich ein bisschen unbalanced. Ich denke mal, das können's viele aufregen, aber so im Großen und Ganzen. Was mich aber ein bisschen nervt, als Sammler muss ich sagen, mit den Covenants, ne? Dass du, dass du so ein bisschen limitiert bist. Ich möchte gerne halt alles mit einem Char machen können, ne? Ähm, und ja, man kann theoretisch alles mit einem Char machen, aber da musst du jedes Mal komplett durchswitchen, die Covenants. Und das ist, das ist so ein bisschen, aus einem Sammlerherz heraus, ist es ein bisschen unschön. Ich kann dann das Mount, das ich mir vielleicht mit einem Twink gefarmt hab, der beim anderen Covenant ist, nur mit dem, mit dem Char dann auch reiten, der den und den Covenant hat. Das ist alles so ein bisschen unschön. Ich hoffe, das weichen sie im Laufe des Addons noch ein bisschen auf. Das würde ich mir zumindest wünschen. Aber sonst kann ich mir jetzt eigentlich nicht groß beschweren. Ja, natürlich, alle hatten Vor- und Nachteile, so ist das. Da muss man halt mal Fanboy-mäßig das Dasein zu Hause lassen und halt wirklich schauen, was ist da. Gut, und jeder hat auch eine andere, hat ja auch andere vielleicht, äh, andere Prios, ne? Es gibt ja auch viele Leute, die sammeln gar nichts. Denen ist das scheißegal, ob du bei dem einen Covenant das eine kriegst und bei dem anderen Covenant das andere. Das ist dir in Wurscht. Die wollen halt einfach nur den besten Covenant für ein Raid haben zum Beispiel, wo sie am meisten raus der Matchen. Und, äh, was da an Collectables sind, ist das denen egal. Weißt du, deswegen muss man auch mal ein bisschen gucken, was machen Leute. Es gibt Leute, die spielen nur M+, zum Beispiel, ne? Für die müssen halt die M+, Dungeons gut sein. Die Itemization, wie man so schön auf neu hochdeutsch sagt, die muss halt stimmen. Alles andere ist Wurscht. Jetzt müssen wir mal schauen. Mal reingefahren, mal eine Chance. Uh, das ist gut mit dem, mit Blitzschaden. Ich nehme immer alle Sachen mit, die irgendeinen Damage-Effekt haben. Weil die werden später mit den ganzen Bonis, die werden so stark. Und da ich als Tank meine Grundfähigkeiten, die machen relativ wenig Schaden im Verhältnis, ne? Und, ähm, diese, diese direkten Damage-Sachen, die hauen im Verhältnis dann so viel mehr raus, vor allem wenn die hochgebufft sind, dass das dann meine Haupt-Damage-Quelle tatsächlich wird. Ach, schau mal, ich hätte so rum auch laufen können. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass da noch ein Gang ist, ne? Dann wäre ich jetzt aber nicht da ganz außenrum gehatscht wieder. Naja, okay. Sei es drum. Was meinst du mit Settings? Was für Settings meinst du jetzt genau? Warte mal, ich müsste hier mal noch ein bisschen rein-dotten, dass die auch runtergehen. Meinst du jetzt, wie die Gebiete ausschauen, oder was meinst du mit Settings? Hier, das wollen wir noch aktivieren. So schauen, dass ich die Heilung interrupte, ne? Ah, schau mal, da haben wir sie. Weil das wäre jetzt nichts, wenn sie wieder komplett voll heilen. Piste hatten wir mitgenommen. Das ist natürlich alles Mist. Dann machen wir das mal hier. Oh, nicht gut. Ach so, da sind zwei Kugeln. Ach. Ha. Ja, also, ich sag mal so, ich finde, Revendrest, ohne Scheiß, diese Riesenkonstrukte mit den Burgen und, und das, also, das ist zum Laufen praktikabel ist Revendrest ein Disaster, finde ich. Weil, also, du musst halt sehr viel Goblin-Gleiter benutzen, aber vom Aussehen Revendrest, absolutes Lieblingsgebiet. Ähm, ich, ich finde, ähm, den Ardenwald auch sehr hübsch, ne? Den finde ich auch cool mit diesen Bäumen, das macht echt was her. Äh, Äh, Maldraxxus, finde ich auch stimmig, ist auch ein gutes, cooles Gebiet, so Untoten, Grundstyle. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist die Bastion. Ich, ich finde die Idee von so einem Himmel, so Engel-mäßig, finde ich cool, ich finde die Umsetzung nicht so gut. Und außerdem, das Gebiet kotzt mich irgendwie so ein bisschen an, mit dem Rumlaufen auch. Also, das mag ich nicht. Ich finde, ich finde es jetzt nicht absolut scheiße, ne? Aber ich finde es von den Vieren am schlechtesten. Ich, ich meine, man hätte das Gebiet cooler umsetzen können, wisst ihr, was ich meine? Weil die Kyrianer, die sehen prinzipiell schon cool aus, aber ich, ich hätte es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber so, so ist das, ne? Man muss ja nicht jedes das Lieblingsgebiet sein. Ah, natürlich. Nehmen wir die Ironbog mit. Knurren, mehr Damage, was haben wir hier noch so Schönes? Uh, auf jeden Fall das hier. Schmetterling. Ja, ich sage, Revendrest ist zum Laufen, ist es ätzend, aber ich, ich muss ja Sachen, ähm, bei unterschiedlichen Maßstäben bewerten, ne? Und vom, ich finde es vom Aussehen ist es geil, also diese, diese Konstrukte und das Ganze, das finde ich einfach, sieht cool aus. Ne, sie Burgen, da bin ich einfach ein Fan von. Ich bin, ich mag eh so Burgen-Geschichten, finde ich cool und, dass das, dass das so große Konstrukte sind und du eine Atmosphäre hast, finde ich einfach richtig nice, aber zum Laufen finde ich es auch nervig, ne? Klar, da muss man halt die beiden, die beiden Sachen trennen, ne? Halt differenzieren, über was man redet. Was im Brachland leichter, ja? Und Vampire ist ja auch so von, von, von der Grundding eine coole Thematik, finde ich zumindest. Schauen wir mal, kommen wir rechtzeitig rum. Fuck, jetzt werden wir, haben wir den Feuerding abgekriegt, oder? Bruchhallen hier. Ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Ein bisschen haben wir verkackt. Hier haben wir nochmal so eine Kiste. Räumen wir erstmal die Mobs hier weg. Räumen wir erstmal die Mobs weg. Räumen wir erstmal die Mobs weg. Ähm, Agus kennt ihr das in, in dieser einen gelblichen Zone, in der zweiten. Ähm, wie hieß denn die Zone? Ich, ich, ich und Namen ist halt echt schlimm. Halt, da müssen wir hier hin, hier hin, ähm, Makaree, genau. Da gab es ja, diese Riesenstadt als Hintergrund, und ich fand, die sah so cool aus. Ich will da am liebsten hin. Ich find's immer echt schade, wenn quasi große Gebilde nur Kulisse sind. Wisst ihr, was ich mein? Dass du da nicht hin kannst. Das find ich immer sehr, sehr schade. Und dann, dann will ich da immer hin, und dann kannst du das nicht, und das nervt mich tatsächlich. Und, das find ich in Revendreth cool, dass du da auch überall hinlaufen kannst, wirklich. Dass du da wirklich dann auch questen kannst, äh, Mobs umhauen kannst, und so weiter, ne? Das find ich halt echt stark. Pff, uh, kacke, da wollten wir ein bisschen schnell durch, aber es hat geklappt. Haben wir ein bisschen was gefressen, aber, ging gut. Ging gut, Leute. Ey, nee, ist ja, das ist, das ist immer, das ist immer echt krass, wie unterschiedlich groß die Dinger sind, ne? Manchmal, hast du halt echt so Mini-Teile, da bist du dann in zwei Minuten durch, und manchmal hast du so Riesenkonstrukte, wo du dann zehn, zwanzig Minuten, äh, rumhängst. Wißt du, was ich mein? Also, das ist teilweise schon echt so unterschiedlich, und wenn du dann nur kleine Dinger hast, oder nur große, dann macht das einen Riesenunterschied, wie schnell du durch so eine Ebene durchgetigert bist. Oder halt durch den kompletten Ding, ne? Super, jetzt habe ich Inka wieder ready. Weil es mir gar nicht so viel ausmacht, ne? Der meiste Schaden geht über Mondfeuer, und den Dornenumhang. Der Dornenumhang hat auch richtig raus. Super, was kriege ich denn da für eine Scheiße? Nur Mist. So, das war Ebene 10, jetzt sind wir schon Ebene 11. Also, gefühlt komme ich jetzt relativ schnell durch, gerade. Aber die ersten Ebenen gehen eh immer noch besser. Äh, schlichtweg, weil, weil man da halt dann immer noch ein bisschen schneller pullen kann. Die Mobs sind nicht so krass, und dann geht das alles. Schauen wir mal, sollen wir hier mehr pullen? Ich bin im Überlegen, ob das Sinn macht. Oh, wahrscheinlich kriegen wir hier auf den Sack, wenn nicht viel pullen, ne? Gucken wir mal, ob das eine gute Idee war. Ich glaube, das war keine gute Idee. Die heilen, fuck, hier sind einige Heiler-Mobs. Okay, das werde ich nicht schaffen. Das war eine dumme Idee. Das war eine dumme Idee. Hütet euch. Hütet euch. Da ist wieder ein Heiler mit dabei. Hütet euch. Oder jetzt kommt ein 4. Oh, ich konnte den nicht mehr interruption. Ich habe meine ganzen CC-Sachen schon rausgeschmissen. Hütet euch. Okay, das hat er, hat er jetzt sogar, na gut, ist noch nicht, ist noch nicht down, aber hat jetzt besser geklappt, als ich dachte. Zwischendrin dachte ich mir, oh fuck, da sind einige Heiler. Dann noch ein 4-Mob. Hier. Oh, der haben wir gerade noch interrupted. Den noch interrupted. Holy moly. Da haben wir jetzt einige, was waren das jetzt an Mobs? Das waren bestimmt 30, 40 Mobs hier, ne? Gut, viele kleine auch. Hat schon reingeschallert, aber wir sind nicht verreckt. Aber knapp zwischendrin. 24 haben wir, komm, ein bisschen können wir es noch hochballern. Mastery mit. So, die können wir rausholen, die Kollegen. Gut dann, ne? Collège, kommst du mal mit? Ich sag das immer, ich sag das immer, Collège, so, ne? Das ist so ein kleiner, kleiner Running Gag zwischen mir und einem ehemaligen, äh, Arbeitskollegen gewesen. Weil mich hat in der Arbeit mal einer angerufen und sonst, wenn da jemand anruft, die sieht's in einen halt, ne? Und einer hat mich angerufen und mich immer, Kollege, oder Collège, Collège, so, ich weiß ich nicht, ich kannte den nicht, der war halt, wie man es politisch korrekt sagt, mit Migrationshintergrund, ein ganz netter Typ, der konnte halt nur so gebrochenes Deutsch und der hat anscheinend jeden mit, mit Kollege, oder Collège, Collège, oder irgendwie so, hat er genau gesagt, war sehr witzig, seitdem sag ich das auch immer so. Ah, der hat mich schon amüsiert. Der wollte dann immer mich sprechen, weil ich mal nett zu dem war, war immer schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, das definitiv, du wirst in Reventrest, wirst du wesentlich schneller rumkommen, weil du halt fliegen kannst, Ich denke mal, das ist das Gebiet, was am meisten davon profitiert, mit Abstand. Mit Abstand. Ist halt bloß die Frage, wann kommt das Fliegen, ne? Wie lang wird, wird sich das hinziehen? Ich habe kein Zuhause. So, was haben wir denn da? Automatischer Angriff, ihr werdet im Umgegen stillen und Unterbrechungseffekte. Ja gut, das bringt, ich bin kein Caster, ne? Also, wenn ich ein Caster werde, richtig krass. Was macht das jetzt hier? Okay, keine Ahnung, es wird jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Hier ist irgendwo, wahrscheinlich ist irgendwo was aufgegangen, oder? Also, da hinten geht's raus. Ich glaube, da bin ich hergekommen. Da oben scheint noch irgendwas zu sein. Jetzt schauen wir mal. Hatte ich den Boni? Ne, den Boni hatte ich noch nicht. Den können wir mal mitnehmen. Also, ich schätze mal, dass es, ich habe irgendwie die Vermutung, dass es diesmal früher kommt, ne? Ich glaube, ich habe es noch irgendwie sowas im Ohr, dass Blizzard da mal was gesagt hat. Aber, ich habe die Befürchtung, dass es nicht im nächsten großen, sondern erst im übernächsten großen Patch kommen wird. Aber mal gucken, mal abwarten. Ich habe jetzt noch keine Inka ready. Oh, die hauen jetzt aber schon ordentlich raus, hier die, die Collision. Hütet euch. Hütet euch. Ich muss mir hier rum. sie vielleicht mal ein bisschen durchdotten. Komm, tun wir mal ein bisschen tappen. Okay, jetzt gibt es schon Damage, dass wir ein paar Einschläge haben. Bisschen Einschläge, dann machen wir die Kiste nur auf. Und dann sind wir nämlich, haben wir Inka ready. Inka. Jetzt müsstest du dann bald ein bisschen anziehen, ne? So, von der Schwierigkeit, das ist jetzt Ebene 11, dann kommt 12. In der Schule haben wir nämlich ein bisschen aufgepasst. Ich kann nur so eine Story erzählen. Da, da, da wollte jemand sagen, ne? Nach Adam Riese ist sowas so und so. Und dann hat er gesagt, nach Adam Riesling. Und wir haben ihn durch zwei Wochen verarscht, den Typen MTS, weil er sich da vertan hat. Also, so gut. Wir waren am Boden gelegen. Wenn wir sagen wir hier, eure Angriffe haben eine Chance, einen Blitzschlag abzufeuern, der ins Ziel, oh, Naturschaden. Wenn wir versuchen, von Arcadenschaden besteht. Ja, ich glaube, wir nehmen das hier mit. Wir nehmen das hier mit. Ich glaube, das war Ulduar-Zeiten rum. Da waren wir, da waren wir damals in Red of the Lich King in Ulduar. Da hat er das rausgehauen. Der Kollege hier. Ich weiß noch, dass er Pala die Idee gespielt hat. Aber wie der genau hieß, weiß ich nicht mehr. War ein bisschen lang her. Da haben wir uns gut amüsiert, damals. Ja, ja. Gute alte Zeiten. Schauen. So ein bisschen mehr könnte schon gehen vom Damage, ne, tatsächlich. Wenn wir jetzt 23k, solange ich den Buff drauf hab, natzt es natürlich. Ohne ist es zäh. Nehmen wir die Phantasma mit. Weißt du, dieses Immunschild könnte ich natürlich auch nehmen. Da bin ich für 1, 1, 2 Minuten immun gegen alles. Aber es bringt mir halt nix. Ähm, wenn ich jetzt halt noch die schwachen Mobs hab. Ich muss halt schauen, dass ich beim Endboss dann stark bin, ne. Deswegen nehm ich jetzt lieber das Phantasma mit. Achso, jetzt ist hier wieder der nächste, nächste Händler. Schauen wir mal, was der anzubieten hat. Jetzt haben wir ja ordentlich Phantasma, oder? Naja, einiges haben. 700. Jetzt bin ich im Belegen, ob ich diesmal, hier nehmen wir die Ordner mit. Was haben wir jetzt noch? Crit. Wie lang haben wir denn Baumrinde schon? 36 Sekunden. Nehmen wir das mal noch mit. Mal anders. Das wär noch ein Tod gewesen, ne? Naja, gut. Für euch, ich habe hier das Beste. Ach, da kriegen wir die Baumrinde. Zum Glück hab ich es mir nicht gekauft, ne? Weil jetzt ist die halt schon bei 48 Sekunden, 52 Sekunden hat die Abklingzeit, ne? Also kann ich die fast durchgehend haben. Ach. Ach. Scheiße. Machen wir mal die Heilung. Jetzt schauen wir mal, was wir rausnatzen. Ach, das müsste ich eher unterbrechen. Okay, dafür tue ich mir meinen Interrupt mal aufbehalten. Ich muss öfter meinen Spot draufhauen, merke ich gerade. Das eine springt ja immer auf mich über. Ich muss ein bisschen, wenn die Abklingzeit abgeklungen ist, eigentlich warten und es dann erst wieder auf den Mob draufhauen. Ne? Weil es springt ja jetzt eh wieder auf ihn. Oder? Wo ist es jetzt hingesprungen? Ist es jetzt nicht auf den Mob gegangen? What da? Okay, strange. Okay, vielleicht klappt das doch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Sonst hab ich diesen Schwarm halt nicht so im Auge, ne? Weil ich ihn halt eigentlich, eigentlich nicht großartig brauch. Aber hier kann er halt mich ziemlich gut verstärken. Mit den drei Dots, das ist natürlich schon stark. Ich frag mich, ob ich den Trade als Nicht-Necrolord eigentlich auch krieg, weil da hab ich ja keine drei Dots. Halt, warte mal, hier geht's weiter. Jetzt schauen wir mal, was da als Trade drin ist. Komm bitte, 50% mehr Damage. Ah, jetzt kann ich dann nicht mehr Moven, das nehmen wir mit. Es scheint dir in Shadowlands recht stressig zu sein. Du meinst in Guardian? Hm, weiß ich jetzt nicht. Also, so viel anders als in den anderen Expansionen ist er jetzt eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal, ob ich die Mobs weit genug mitziehen kann. Oder ob die mir resetten. Ich geh jetzt eher mal wieder ein bisschen dahinter. Aber warte mal, ist das ein 4-Mob? Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Das DH-Tank ist chilliger. Ja gut, DH-Tank ist im Moment auch, zumindest in dem Plus, was ich so höre, soll das ja richtig gut abgehen, ne? Was ich so höre. Aber ich sehe halt nie die anderen Tanks großartig. Zumindest in dem Plus nicht, weil wenn du selber Tank bist, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Spielt man ja selten mit zwei Tanks. Jetzt muss ich mal die Low Stats nehmen, weil das andere halt leider schlechter ist. Leider, leider. Uh, da ist wieder ein Schlüssel. Jetzt schauen wir mal, was wir dann kriegen. Langsam schlaucht schon so ein bisschen hier, ne? Die Dinger. Ich muss ja dann danach noch Stufe 8 machen. Also, hm. Okay, da ist der zweite Schlüssel. Ich glaube, nach dem Run mache ich dann erstmal einen Ticken Pause und dann machen wir dann noch Stufe 8. Ja, man muss ja immer selber gucken, was du quasi vorziehst, ne? Okay, klar. Wenn du mehr Spaß an der anderen Klasse hast, dann bringt es ja nichts, wenn eine Klasse mehr performt. Wenn du dann halt keinen Bock hast, die zu spielen. Das ist eh klar. Uh, 300 Phantasma oder den... Komm, wir nehmen mal die Phantasma. Ich glaube, mit 300 Phantasma kriegen wir was Besseres als 3%. Also, 3% Tempo ist auch okay. Ganz klar, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ist jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, das gibt bessere Sachen. Warte mal, hier ist ein Tor zu. Wo ist denn der letzte Schlüssel? Oh, noch einen. Liegt der, liegt der vielleicht direkt da oben? Ah, siehste, wusste ich's doch. Ohne Scheiß, dieser Slow ist so nervig. Holy, okay, jetzt reicht's aber. Jetzt haben die mich fast gekillt, jetzt kommt ein Boss dazu und jetzt wird hier weg. Jetzt ziehen wir Inka und jetzt, jetzt ist Feierabend hier, Kollegen. was macht denn ihr für Späße mit mir hier? Ich hab fast die normalen Gammelmops gekillt. Holy moly, echt. Springt das jetzt über oder springt das jetzt nicht über? Eigentlich müsste es auf ihn drauf springen. Doch, schau, und jetzt kann ich's quasi auf ihm durchticken lassen und kurz bevor es ausläuft, kann ich's nochmal resetten, oder? Jetzt resette. Ja, dann ist es dann, ah, okay. Ah, so kann ich den Stack länger oben haben. Das ist gut zu wissen. Mal schauen. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so kriegen. Alter, okay, das ist ja mal komplett wie der Rotze. Da waren wir schon. Dann, auf, auf, ins nächste Ding. Hunter ist doch eine der stärksten Klassen, oder? Also mir wurde gesagt, Hunter, Fire Mage, M+, willst du dabei haben. Irgendeinen Melee, im Optimalfall. Gut, ich kenne mich jetzt mit den Meta-Kombis nicht so aus, ne? Aber, selber eine Meta-Klasse zu spielen, hat halt im Normalfall nur Vorteile, weil du halt einfach in die Gruppen auch reinkommst, ne? Achso, das ist hier so ein Special Mob. Okay, hier, hier kriegen wir gerade schon richtig auf den Sack, bei wenigen, bei wenigen Mobs. Lauf, kleines Mädchen, lauf! Hütet euch! 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 hau auch richtig rein. Und die Sachen hauen aber nicht richtig rein, was ich jetzt hier für Trades kriege, sondern die hätte ich mir eher schenken können. Hätte ich mir eher schenken können. Das glaube ich, ne? Vor allem, wenn du den entsprechend spielst. Letztens, was hatte ich denn da? Da wollte ich irgendeinen Key laufen. Genau, ich habe selber eine Gruppe aufgebaut, meinen eigenen Key. Was habe ich eingeladen? Dann, ähm, einen Hunter, einen Mage, ne? Und ich glaube, wir haben sogar zwei Hunter. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und dann war der Mage, der war nicht Fire, sondern der Mage war Arcan. Ich habe nicht geguckt gehabt. What the fuck? Was ziehen die mir jetzt hier gerade an Damage ab? Einmal kein Inka. Okay, muss ich mal hier einmal wallen, bevor ich gestunde. Ich konnte nicht mehr raus, ne? Weil ich jetzt hier keinen Movement Speed habe. Ich kann nicht laufen. Dann war der Mage nicht Fire, sondern der Arcan. Der war unter mir als Tank im Single Target, ne? Wir reden jetzt hier nicht von einer E-Damage, wo ein Tank schon mal drüber sein kann, sondern nein, wir reden von einem Boss. Der war Arcan und hat weniger Schaden gemacht, als ich als Tank. Und der hatte nicht schlechtes Gier, ne? Der hatte sogar einigermaßen Radio-Oscore, deswegen habe ich den hier eingeladen. Das war, also, sowas habe ich nicht gesehen. Der hat teilweise 2K DPS beim, das war ein 12er Key oder so. Oder 12 oder 13er war das. Ja, das war ein Arcan Mage. Ich habe so abgekotzt, ich sage es euch. Das war, da war ich richtig, richtig pisst. Vor allem, das war mein eigener Key, ne? Ich wollte den eigentlich hochpushen. Die Inni war so für einen Sack. Da war ich, da war ich ein bisschen mad, muss ich gestehen. Ein bisschen ist gut. Ziemlich mad. Na ja, aber da machst du nix. Wenn du den Key gestartet hast, ne? Ich habe halt nicht gedacht, dass, das war halt, in den ersten Wochen, ich dachte mir halt, ja, wenn der schon ein bisschen scoren so hat, der wird ja was Vernünftiges spielen. Aber nein, musst du halt alles nachchecken, ne? Sonst hast du da einen Arcan Mage, der halt absolut gar nichts macht in der Gruppe. Ja, ich kann irgendwie diese Blasen einsammeln mit mehr Schaden, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Wieder das Movement Speed Ding nehmen, dann, das habe ich ja eh schon drin, ne? Ja, deswegen lohnt sich das nicht. Sonst wäre es eigentlich gut, aber wenn ich jetzt hier hit, bringt nix. Das bringt leider nix. Das schon glattig, mein Junge. Ne, ich habe noch keine Arena gespielt hier. Wo muss ich schlafen gehen? Was ist jetzt los hier? Ich bin alt genug, ich darf nur aufbleiben, wir haben noch nicht mehr elf. Jetzt geht es aber los. Warte, wo geht es denn hier weiter? Ah, wir müssen da hinten rum, ne? Da ist, ist hier zu. Ne, ich, ich habe mir da schon so einen halben, also ich habe mir schon immer einen Plan, wann ich was mache, ne? Und Arena ist jetzt noch nicht, steht jetzt noch nicht auf dem Zettel tatsächlich. Das dauert noch ein bisschen. Ist, ist schon gut. Schon verstanden. Ne, erstmal wird mein Achievement-Zeug fertig gemacht, dann, ähm, konzentrieren wir uns auf ein Plus und dann schauen wir mal, ähm, Raid oder Arena wird dann danach angegangen. Okay, da haben wir uns jetzt mal ordentlich wegbrutzeln lassen. Jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtiger hier das Ganze spielen. Okay, da sind wir voll reingelaufen. Das macht kaum Schaden, ne? Eigentlich könnte ich, könnte ich auch scheiß drauf und durchnatzen. Naja, geht so. Also in das Letzte bin ich jetzt absichtlich reingelaufen, in die davor nicht. In die davor nicht. Ja, ich hab's euch ja vorher schon erzählt, ne? Hier, wo ich, Ebene 17 oder so, auf einem Ding war und dann, äh, Dings, äh, hier in so eine Sense rein, hab ich dann irgendwie 600.000 Schaden über die Sense gekriegt, wo die gewonnen shotte, obwohl ich halt über eine halbe Million hab. Also, das war, huiuiuiuiui. Seitdem hab ich ein bisschen Respekt vor den Fallen, tatsächlich. Manchmal muss man erstmal eine richtige Schelle kassieren, bevor man, ähm, bevor man vorsichtig wird. Oh, was haben wir jetzt hier? Gewährt Beißen und Reißen. Das, ähm, was war Beißen und Reißen? Ach doch, das ist das, was ich schon geskillt hab. Okay, das nehmen wir mit. Dann können wir nämlich hier die Geschichte noch mit reinnehmen. Wenn jetzt die Falle ausschalten, ich muss da ja eh nicht mehr zurück. Sollen wir Triad-mäßig hier den Boss mit in die Mobs reinziehen? Wir haben ja Inka ready. Hütet euch. Ich kann diesen Wettbewerb nicht sehen. Hütet euch. Kliefen wir den ganzen Klump einfach kaputt hier. Seht ihr, so geht das. Ah, das war jetzt Damage. Damage. So, jetzt muss ich mal testen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich jetzt den aber tiefen Schwarm, quasi jetzt hab ich ihn nämlich nochmal auf dem Mob, dann krieg ich nämlich hier den Stack, dass ich nochmal 50% mehr Schaden mach. Und am Ende kann ich ihn jetzt hier nochmal klippen und nochmal draufhauen. Oder ich müsste eigentlich warten, bis er nochmal auf mich springt und dann erst wieder rüber. Das wäre sogar noch cleverer. Dann kann ich nämlich noch länger aufrechterhalten. Gut, das bringt mir jetzt leider alles nix. Ja, von mir ist, ich kann die Heilung mitnehmen, aber das ist eigentlich auch Käse, um ehrlich zu sein. Warte mal, habe ich den Heiligschaden? Ich habe die Dings hier, ne? Ähm, die euch im Nahkampf treffen. Heiligschaden zu. Ja, ich kann das mitnehmen. Und deswegen muss man immer ein bisschen checken, was für eine Schadensart hat man dabei. Ich merke schon, die Socke ist dein Favoritemote, ne? Die wird gespammt hier. Bis zum geht nicht mehr. Sieht aber lustig aus, muss ich dir lassen. Socke beleidigtes Emote. Wurdest du da schon mal irgendwie getimeoutet oder so, wegen dem Sockenemote, wenn du jemanden an Socke beleidigt hast? Da fühlt sich keiner wirklich angegriffen, oder? Ja, einmal. Echt, tatsächlich? Okay. Die Leute sind aber ganz schön sensibel. Nur fünf Minuten. Ja gut, fünf Minuten Timeout. Geht ja jetzt noch. So, doller. Ach, wir haben immer noch die Orb. Die müssen wir einsetzen, ne? Ihr müsst mich dann erinnern beim nächsten Mob, ob, dass ich die Orb einsetze. Tatsächlich. Schon wieder vergessen. Hab ich schon wieder vergessen hier. So, love flash. Ja gut, wenn man da, wenn man da jetzt schon Fass aufmacht. Naja, gut. Nehmen wir das mal mit. Das ist defensiv nur halbwegs sinnig. Jetzt kann ich hier einiges rausballern. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwelche coolen Sachen haben. Oh, Mist dabei. Nehmen wir die Orb noch mit, hätte ich gesagt. Das können wir noch mitnehmen. Ahnung, das ist... Jetzt haben wir zwei solche Orbs, ne? Einer hat Phantasma. Ja, komm. Ich... Sonst, am Ende kann ich es eh wieder nicht ausgeben. Ach, komm! Was wollt ihr jetzt von mir? Soll ich den Trade dreimal, der absoluter Schmutz ist? Hab's dann wirklich richtig. Okay, das war... Das war jetzt hier eine ganz schöne Nullnummer. Also wirklich eine ganz schöne Nullnummer. Du, ich glaub nicht. Wieso läufst du jetzt Torgast? Äh, ich mach die gewundenen Korridore. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das ist nämlich so ne... Da gibt's nicht nur acht Ebenen, sondern halt, ähm... Insgesamt 18. Ne? Die kann... Musst du halt einmal durchlaufen. Gibt's halt insgesamt acht Layer von. Und die sind dann schon relativ knackig. Ja, genau. Die mach ich. Ich mach jetzt nicht das normale Torgast, wo du quasi Soulash bekommst. Genau. Wenn du komplett durch bist, also auf der allerletzten, gibt's das Mount. Das sind halt achtmal 18 Ebenen. Kannst du mal ausrechnen. Also das... Da ist schon viel Holz und die Mobs am Ende, die werden schon relativ knackig. Ja, also... Da musst du tatsächlich dann schon ein bisschen rein progressen. Schauen wir mal, wie weit kann ich die denn ziehen? Ja, das wird wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Eigentlich... Eigentlich darf ich jetzt ab der Ebene schon nicht mehr hier... Okay, das war dumm. Beeingestanden... Oh fuck, was mach ich? Okay, das ist jetzt dumm, was ich tue. Was ist denn jetzt der eine Mob hier? Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht wegzieht sehen, sonst hab ich ein Problem. Ah, stimmt, ich wollte die Orb benutzen. Richtig. Ich bin echt so ein Goldfisch. Das ist so schlimm. Ich hab eben noch davon gesprochen und jetzt schon wieder... schon wieder raus aus dem Sinn hier. Ich bin halt weggeslowed 100%. Ich kann halt nicht moven, außer ich shapeshifte, aber bei so vielen Mobs will ich jetzt ungern aus der Bärengestalt rausgehen. Also solche Pulse muss man nicht machen. Man könnte das auch safe spielen und seine Tode halt retten. Aber es geht halt wesentlich schneller, wenn ich halt Harakiri-Pulse mach, so wie den hier. Also auf Ebene 16 sollte man sowas nicht mehr machen, weil die Mobs hauen dann schon relativ gut raus. Aber ich hab noch alle Tode. Erst wenn es ein bisschen knäpplicher wird, spiele ich vorsichtiger. Ja, Goldfisch. Ja, Goldfisch sagt man, die haben so eine Aufmerksamkeitsspanne da... So eine... Naja, nicht Aufmerksamkeitsspanne, aber ein Dächtnis von nur, glaube ich, wenigen Minuten. Dann vergessen sie wieder die Sachen. Deswegen beziehe ich mich auf den Goldfisch. Hm. Können natürlich noch mal das Herz mitnehmen. So, wir nehmen jetzt mal den Naturschaden mit. Das hört sich auch nicht schlecht an. Ganz sicher die Versa. Ganz sicher die Versa. Schlund... Also Schlundratten... Alles, was mit Schlundratten zu tun hat, lohnt sich halt null, ne? Weil im Endpost hast du keine Schlundratte. Ich glaube, wir haben jetzt hier die halbe Zone auf einmal. Warte mal, habe ich einen Trade, dass ich nicht mehr... Doch, ich kann noch springen. Ah. Ah. Wenn jetzt Kaltherz kommt, habe ich halt gelitten. Komm, wir nehmen es jetzt mal mit. Wenn Kaltherz kommt, habe ich halt echt gelitten. Dann rippe ich meine Dings halt selber weg. Jetzt schauen wir mal. Wo kommen denn die jetzt bitteschön her? Ja stimmt, mehr Mobs sind dann gar nicht mehr drin. Die paar gibt es hier noch und dann ist halt... Kommt noch der Endboss, ne? Dann kommt noch der Endboss. Ach fuck, ich wollte die Orb einsetzen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Scheiße. Gibt es hier noch irgendeinen Mob, den ich... Schau mal, da hinten, da lauert noch einer. Da habe ich einen vergessen. Der wird jetzt georbt, der Mob. Schau mal, was wir da kriegen. Das Skelett war eigentlich ganz cool. Ach, okay, der hat ziemlich... Also der hat einen ziemlichen Kackeffekt drauf. Beauty. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ach, jetzt springt er da wieder in das Portal rein, hier. Bin ich zu nah am zu dingsen hier. Mit dem 100% weniger Movement Speed, ne? Also seht ihr, wie schnell ich nur laufe. Richtig ätzend. Richtig ätzend. Muss ich wohl das Phantasmal nehmen. Die anderen Sachen sind absoluter Crap. Also wirklich absoluter Crap. Nie nur so ein bisschen, sondern, ne? Kannst du komplett in die Tonne klopfen. So, jetzt sind wir auf Ebene 17. Oh weia. Da kommen gleich wieder so lustige Sachen. Jetzt muss ich mal kurz mein Zeug nochmal hier ins Aha hauen mit dem zweiten Account. Und was trinken. Und dann lauft... Ach ja, die Orb. Ja, ja, richtig. Hier, ich hab jetzt nur einen Kollegen hier im Chat, der nur noch sagt, ich muss die Orb einsetzen. Du hast ja recht. Gringo, du hast ja recht. So, okay. Wenn du auch den Blub kriegst. Ähm, ja, mal gucken. Hier könnten die Sensen halt jetzt schon so viel Schaden machen, dass ich ein Problem hab. Jetzt muss ich mal schauen. Ich will hier die Orb drauf hauen. Ach so, hab ich jetzt die Orb in die Sense reingelegt. Oh, automatisch alle Seengefängnisse sind 30. Ja, okay. Gar nicht so verkehrt. Ich werd halt geslowt von dem einen, wenn ich, ähm, mich heile oder Gegner hitte. Das ist nett. So, jetzt muss ich die Gegner wegmachen, dass ich den Slow-Buff nicht drauf hab. So, kann man hier noch mehr zusammenziehen? Ach, oh, ich hab ja, ich schau, ich hab's wieder vergessen, dass ich diese Kacke drin hab mit dem, mit dem Springen. Ich hätt einfach auch durch das Zeug durchspringen können, ne? Stimmt, da war ja was. Ich hab, ich hab das ja geskillt. Ich hab das ja geskillt, da war ja was. Die andere Seele noch mit. Der eine ist auch abgeraucht. Wunderbares Säckchen gab's auch noch. Haben wir eingesackt. Ich kann ja theoretisch die ganze Zeit so rumhüpfen. So, jetzt ist die Frage rechts oder links. Oh, warte mal, da geht's nicht. Da geht's sicher nicht weiter. Sind es die Sachen, die so... Ach, nee, das sind die... Können doch doch einfach so drüber springen, oder? Easy. Ich bin ja Masterjumper. Ähm, ich hab jetzt keine Inka ready. Macht das Sinn, alle zu pullen? Wahrscheinlich nicht. Das Problem ist, so kann ich mich halt nicht bewegen, aber ich könnte die ganze... Wisst ihr, wir machen jetzt mal hier auf, ne? auf Häschen und springen einfach die ganze Zeit rum, pullen alle Mobs zusammen. Ich kann mich halt so nicht bewegen, ne? Ich hab 100% Wege Movement Speed, aber durch den Spring-Effekt kann ich, kann ich halt trotzdem move. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Seht ihr das? Oh fuck, das war so eine dumme Idee, was ich da getan hab. Aber ich könnte die ganze Zeit rumhüpfen und zu dotten. Und alle mit Dings, dann kriegen sie alle irgendwann den AE-Schaden. Dann kommt der Vollmond. Weil ich hab nicht... Ich kann Inka jetzt nicht durchziehen. Fuck it. Ich bring da rein, wird fast tot. Oh fuck it. Die Augen wie übelst kaputt. Und mit Inka kann ich halt in den ganzen Mob stehen. So wird's halt eher schwierig. Okay, das ist jetzt eher lustig. Spring! Spring, Kollege! Dottet ihr jetzt alle zu? Okay, fuck it. Nein, ich hab'n Disko-Fekt! Fick dich, Blizzard! Da, wo ich's nicht brauchen kann... Ich hasse dich. Das wär' jetzt wunderbar nach ausgegangen. Galadin, ich grüße dich. So eine Scheiße. Nein, hab' ich nicht... Erinnere mich bitte, bevor ich dann in die höhere Ebene gehe, dass ich den Cage- und Dings-Ordner da lösche, ne? Ach! Das machen wir dann noch. Ohne Scheiß hier. Das wär' so schön, hat das noch funktioniert. Ich hätt' gleich Inka gehabt, dann hätt' ich's weglieven können, ne? Und nein, jetzt haben wir bestimmt einen Tod weggehauen. Ach! Und ich wollt' vorher schon sagen, gut, ich will's jetzt nicht verschreien, aber gut, dass ich noch keinen Disconnect hab' und jetzt, zack, rein Disconnected. Was sind wir jetzt? Ebene 17 waren wir, ne? Und schön rein Disconnected. Jetzt drückt mir die Daumen, dass es jetzt hier keinen großen Bug gibt. Drückt mir die Daumen. Drecksgedisconnected, echt. Also die Mobs, die haben mich, ja, die haben mich verklopft und jetzt hab' ich ihn tot. Das ist halt ätzend. Das ist halt ätzend. Kann ich jetzt die Map nicht mehr... Ach. Nein, bin ich jetzt rausgeflogen? Blizzard, nicht wirklich, oder? Hier sind die Mobs auch tot. Ach, komm. Ich glaub', ich bin jetzt aus, aus Ding komplett rausgeflogen. Ach, nein. Sag mir nicht, dass ich's komplett nochmal machen muss. Ach, komm. Ich, das war, ich war an der letzten Ebene. Ja. Ja. Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt alles umsonst gemacht hab'. Ich log' jetzt mal nochmal ein. Weil über eineinhalb Stunden da jetzt drin für nichts wäre halt echt richtig ätzend. Gucken wir mal. Aber da waren auch keine, da war irgendwie so eine Kuppel, aber da war auch nichts drin. Ich war, glaube ich, in einer komplett verpackten Phase, also wenn's jetzt blöd läuft, ist es halt richtig am Sack, ne? Aber es kann, also komm, das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal, wenn ich die gewundenen Korridore rein bin, dass ich Minimum ein, zwei Mal disconnecte und das Zeug verpackt. Das, das kann doch nicht euer Ernst sein bei Blizzard. Das wär' jetzt halt richtig bitter, ne? Aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht, wenn ich jetzt nochmal neu einlog, mal gucken. Die hoff, die kleine Hoffnung besteht ja noch. Ich weiß halt nicht, ob's auch von der Länge abhängt, ne? Ne, ich glaub, mich hat's wirklich rausgehauen. Ich bin jetzt hier, das ist das, der Außenbereich, ne? Aber hier sind auch keine Portale, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich hab auch keine Map. Ich hab auch meine Bonis sind hier noch. Ja, es steht Ebene 17 noch. Aber ich bin jetzt halt irgendwo in der verpackten Ebene. Das, jetzt kriegst du schon wieder einen richtigen Hass, ich sag's euch. Kriegst du schon wieder einen richtigen Hass? Ich will doch einfach nur diese blöden Dinger durchspielen. Ich glaub, jetzt tu ich mal absichtlich das weg, das Connecten und log nochmal so ein. Mega Bug. Ja. Keine Ahnung, ich kann jetzt halt, was will ich machen? Ich kann jetzt halt jedes Mal einfach nur immer wieder einloggen. Weil ich hab jetzt nicht eineinhalb Stunden hier durchgeprügelt für nix und wieder nix. Keine Ahnung. Danke dir für's Folgen. Schöp mal irgendwie. Das kann ich noch probieren. Mal gucken, jetzt logge ich mal nochmal ein. Aber das ist halt der Rotz, ne? Wenn du einfach nur Disconnect hast, einen Tod weg hast, wär das ja schon ätzend genug, ne? Weil du hast begrenzte Tode und das ist halt gammelig. Aber dass du dann komplett verbuggst und das heißt letztes Mal halt auch schon. Also da war es nicht so krass wie jetzt, aber da war halt einiges verbuggt. Keine Ahnung, warum das ein Torgast jetzt so überhand nimmt. Leider das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ähm, ne, ich bin halt immer noch hier. Könnte ein Ticket machen, aber die Games machen halt um 23 Uhr ist, glaube ich, eh Feierabend. Jetzt hier runterspringen. Ja, jetzt bin ich wieder hier, aber jetzt habe ich halt noch einen Tod rausgehauen. Okay, das war jetzt ein bisschen kritisch teilweise hier durchzudingsen mit einem CD. Die Mobs sind jetzt halt alle wieder voll, ne? Besser als alles weg, ja? Jetzt hoffen wir mal. Aber der Disconnect hat mich jetzt halt zwei Tode einfach gekostet, ne? Einfach, einfach zwei Tode weg wegen einem Disconnect. Das ist halt ätzend. Keine Ahnung. Hey, warte mal, ist jetzt mein Sprung? Wenn ich jetzt springe, fliege ich nicht mehr nach vorne. Super, meine Trades sind, sind teilweise deaktiviert. Ich hatte einen, einen Trade, der mich nach vorne hüpfen lässt, ne? Das habt ihr ja vorhin gesehen. Jetzt kann ich nicht mehr move'n. Ich habe die, ich habe jetzt nur so viele gepullt, weil ich dachte, ich habe halt den Trade, ne? Jetzt werde ich halt nochmal rippen. Ja. Jetzt sterbe ich halt nochmal, weil ich den Trade halt nicht hatte. Danke. Also komm, ich kann doch nicht wissen, dass nach dem Disconnect das so buggy ist, dass der Trade dann auch weg ist. Das ist doch scheiße. Super, jetzt habe ich anscheinend auch noch ein paar Trades verloren. Wunderbar. Jetzt muss ich halt hier gucken, ne? Keine Ahnung. Ich hätte die halt nicht alle gepullt, wenn ich nicht wüsste, dass ich halt da wegspringen kann. Pff. Ich hätte halt diesen Sprung-Trade, ne? Wo ich halt einfach, ähm, hüpfen kann. Der halt in der Kombination mit dem anderen ganz gut ist. Mal schauen, was ich halt jetzt noch verloren habe, ne? Nein! Der, der Damage? Doch, der, okay, der ist noch drauf. Wollte gerade sagen. What the fuck? Das, die Mobs sind buggy. Der eine, der normale Non-Elite-Mob hat mich jetzt gerade in einem Hit weggeschottet. Ach, komm. Das, das hatte ich schon mal, dass die Mobs dann so viel mehr Schaden gemacht haben. Habt ihr, habt ihr das gerade gesehen? Der, der Non-Elite-Mob hat mich gerade mit einem Schlag weggehittet. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich geh da jetzt nicht mehr hinten rein. Ja, jetzt hab ich halt nur noch einen Try. keine Ahnung, das macht mich jetzt echt ein bisschen sauer. Das, das Problem ist, nach, nach dem Disconnect ist halt immer alles richtig am Sack, ne? Nicht nur, dass du halt dann so die, die Tode hast, sondern da ist halt auch noch alles verpackt wie Sau. Das hatte ich ja, hab ich ja euch erzählt auf Ebene 2, dass der Endboss auf einmal 10 Millionen Leben hat, was er ganz sicher nicht auf Ebene 2 schon hat, ne? Also, das war auch nach dem Disconnect. Jedes Mal, wenn du hier irgendwie Disconnect ist, ist das Ganze so am Sack, dass es gar nicht mehr geht. Ich weiß gar nicht, dass man das hinkriegt, dass es so verpackt ist. Das verstehe ich halt schon mal nicht. Wenn du in einem Dungeon oder irgendwo anders Disconnect ist, dann bist du halt meistens tot und alles, sonst bleibt halt alles gleich. Aber hier, da ist wie, ob das ganze Game auf einmal kaputt ist. Vogelwild ist es. Vogelwild. Weiß ich nicht, ich hab das jetzt jedes Mal, wenn ich ein Torgast drin bin, halt immer in verschiedenen Ausfertigungen, ne? Also, das ist jetzt nie, das ist immer so ein Überraschungsei. Nie gleich. Jetzt, manche Trades funktionieren halt jetzt irgendwie auch gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ah, meine Talente sind jetzt auch wieder weg, die ich geskillt hab. Das hat sich halt einfach alles zurückgesetzt, ne? Ja, weil ich hier halt, weil die Hälfte halt jetzt auch irgendwie nicht mehr rein zählt, ne? Den Sprung-Ding hätte ich halt ganz gern gehabt für den Endboss, ne? Weil ich kann mich halt dann nur mit dem bewegen. Muss ich halt gucken, dass ich... Kann jetzt halt hoffen, dass der Endboss nicht auch krass verbuggt ist? Ähm, ich bin grad in 7 drin, aber ich hatte grad ein Disconnect gehabt und jetzt ist alles verbuggt. Durch den Disconnect hab ich drei Tode reingehauen. Ich war nicht mehr mehr hier in Torgas drin, sondern in dem, in dieser komischen Start-Area, wo du eigentlich reingehst. So verbuggt war ich eben. Also, ganz, ganz vogelwild. Ja, mir hat der, ich hatte bis zum Disconnect, gerade eben hatte ich alle Leben, bin keiner sind mal gestorben und der hat mich so verbuggt, dass ich mich halt auch umbringen musste, um wieder in die Instanz reinzukommen. Richtiger Dreck. Und... Ja, das wird jetzt knapp hier. Ich hab keinen Bock, dass ich das jetzt alles umsonst gemacht hab. Bei einem gefühlt mach ich jetzt auch noch viel weniger Schaden, ne? Gut, mir fehlen jetzt ein paar Trades auch durch das, aber ich weiß halt leider auch nicht, was, was jetzt funktioniert, was nicht funktioniert. Also, das Springen klappt auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Ich nehm das jetzt mal mit. So, dann hab ich hier zwei Anima-Zellen, oder? Nix. Hä? Hatte ich doch keine andere mehr? Okay. Sonst hätte ich jetzt den Immunisierungseffekt beim Endboss benutzt. Das hat mir jetzt gesagt, da liegt noch eine, aber da war nicht noch eine. Naja, ich würde mich baiten lassen. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich halbwegs gechillt bleib, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr, wenn ihr angepisst seid, dann macht ihr halt tendenziell mehr Fehler und das sollte mir jetzt halt eigentlich nicht passieren, aber, äh, ich bin jetzt schon ziemlich genervt tatsächlich davon. Ziemlich genervt, sagen wir, naja, jetzt schauen wir mal, ob wir den packen. Muss, muss ja jetzt irgendwie. Alter, Wucherwurzeln. Kennst du das 24-7? Ja, keine Ahnung. Was ist denn das? Die beiden, äh, ich lieber die Immunisierung mitgenommen, was ist denn, ich hab keine Ahnung, was der Hund kann, ne? Jetzt hab ich halt den Sprung auch nicht. Der wird mir jetzt halt richtig viel bringen, um da rauszukommen. Nimm jetzt vielleicht lieber noch eine Flas, so ein Ding. Bringt zwar jetzt nicht so viel. Schauen wir mal. Ich kann halt nur einmal failen. Quasi. Hoffen wir, dass wir es dennoch packen. Also aus dem Ansturm muss ich rausgehen, ne? Ist klar. Dann macht er noch so Fallen. Und so ein Dot macht er hier noch. Okay. Das Problem ist, ich werd halt mit dem Buff hier so weggeslowed. Ja, der... Also das Problem ist, das ist halt genau der falsche Mob für mich, weil, ähm, ich eigentlich hier ständig irgendwo rausmoven muss und ich aber die Problematik hab, dass ich, äh, den Slow drauf hab. Aber ich kann den Wut-Effekt runternehmen. Das wird schwierig, den... Aber ich kann... Okay, wenn er den Cast macht, kann ich eigentlich immer Shapeshiften. Ich darf mich bloß nicht von ihm in der Normalgestalt hitten lassen, sonst bin ich halt auf jeden Fall am Sack. Irgendwann, wenn ich mich von ihm im Ansturm... Aber der Ansturm castet er relativ... Lol! Was? Wenn ich ihn charge während er den Ansturm macht? Ich dachte dann dann breche ich ihn vielleicht ab. Okay, das war keine gute Idee. Okay, also ich darf ihn nicht chargen, während er den Ansturm macht. Das war keine gute Idee. Ja, ich dachte mir, ich charge ihn ja von hinten an, ne? Und, ähm, breche ihn vielleicht dann ab. Das war mein Plan, aber das war kein guter Plan. Das war kein guter Plan. Ich hab halt absolut kein Movement-Speed mehr. Hütet euch. Hütet euch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hütet euch. Hütet euch. Müssen wir ihn halt ruhig runterspielen. Der macht haut halt immer ein bisschen mehr raus, ne? Jetzt hab ich Inka nochmal laufen. Hütet euch. Wird dann nochmal sauer hier, der Kollege. So. Ohne Scheiß. Ich hab halt, äh, der eine Scheiß-Disconnect, der hat mir halt die kompletten Tode gekostet, ne? Ich sag's euch. Sonst, die komplette Ding, echt smooth durch. Dann kommt der, war bei fünf Toten und dann kommt der eine Disconnect und rippt mich komplett weg. So ätzend. Zum Glück spiele ich so elitär, dass ich das kompensieren kann. Okay. Das soll das Schluss-Statement gewesen sein. Natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich verabschiede mich für die Aufnahme und ich werde jetzt dann gleich noch, äh, Stufe 8 angehen und vorher, denke ich mal, hier mein Cage und so Sachen entleeren. Vielleicht, äh, kann ich mich dann bei einem, dem letzten vom Disconnect, äh, drücken. Und ja, damit verabschiede ich mich. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Äh, ciao. Tschau.